Bei russischen Luftangriffen in der syrischen Provinz Aleppo sind mindestens fünf Zivilisten ums Leben gekommen. Dies berichtet die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Bilder zeigen Weißhelme bei der Suche nach Überlebenden in den Trümmern in der Kleinstadt Ibn Saman. Dem Angriff waren demnach schwere Bombardierungen durch russische Truppen sowie Streitkräfte des syrischen Machthabers Bashar al-Assad vorausgegangen. Dabei wurden in den Provinzen Aleppo und Idlib laut den Aktivisten mindestens 20 Zivilisten getötet. Seit Dezember gehen Assads Truppen, unterstützt von Moskau, verstärkt gegen überwiegend islamistische Milizen in der Provinz Idlib vor. Mehr als eine halbe Million Menschen sind auf der Flucht.